hey leute was geht nero phrase am start ich weiß wir sind das letzte mal nicht stehen geblieben aber ich habe echt nicht gefunden das was ich gesucht habe deswegen sind wir jetzt hier und wir haben eine lust auf die wanderung durch die hitze probieren uns mal in dem spiel also in der in herausforderung denn ich bin neugierig ob wir es jetzt weiter schaffen das ist so mies dass ich das in alfheim nicht gefunden habe das regt mich immer noch so und da hinten war sogar aber lasst uns erst mal weitergehen ich bin erst mal neugierig auf die ganzen herausforderungen es ist verdammt hilfreich bei meiner arbeit macht sogar den raum selbst biegsamer zum beispiel diese magischen türen die du so magst hier führen sie alle zueinander ganz ohne brocks zutun die mal dort drüben hin und wecke sie auf du wirst sehen durch muskel zu reißen ist kinderleicht solange du nicht gekocht wirst was darf es denn sein so das können wir verstärken hüftschutz der walküre uns fehlt noch sehr viel geld feuerwappen und nilfheim legierung was wollte ich noch erzählen das erste atmeer ich schau mir mal ganz ordentlich ach ich glaube das führt von a nach b ich finde das sieht ein bisschen anders aus oder auch nicht hat sich nichts geändert so mal schauen was das alles war Leute das war so schwer das ist sicher die ganze zeit blocken fünf minuten lang Das war's für heute. 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 Ja, das war's für heute. Das war's für heute. Jetzt müssen wir mal rein. Jetzt müssen wir gehen. So. Oh Leute, eigentlich macht das schon voll Spaß so, aber ist voll umständig. Legt der noch? Ne, der ist tot. Komm. Jawoll und Takedown. Ey, die haben Schilde, wieso hat die Schilde? Ja. Ja. Das ist so. Oh! Mein ist immer hier, wenn ich das. Hahaha! Merci! Nein! Bist du das wahrnimmst, ey? Außer so ein Rage-Mode aktiver. So, geschafft! So, die nächste Kiste. Und nächstes Mal noch ein bisschen Loot, glaub ich. Boah, ich denke, das wird mir auch sehr schwer werden, Leute. Das hier war noch eins der einfachsten Dinge. So, schwirrende Glut haben wir. Ich denke, da kommt ein Boy! Oh! Okay, ich nehme es zurück. So, das hätten wir dann auch. Muss ich das irgendwie akquirieren? Nö. Da liegt auch was. Pax Silber. Pax Silber. Ich atme nichts als Asche. Zumindest bekommst du sie nicht gleich in den Hals. Äh, ja, zum Glück. Oh, wow! Ein Lava-Wasserfall! Ein Lava-Fall! Ja, kein bisschen Furcht an Füßen. Ha! Geil, Leute! Hush, geil! Ein Lava-Wasserfall! So. Leute, und die nächste raus. Wie viele davon es hier wohl gibt? Ich glaube, das ist das letzte. Oh, sechs! Was? Die Stunde sagt Sex. Die Stunde sagt Sex. Wie viele haben wir das? Das ist das dritte, Jast. Schwächere Gegner haben wir schon. Das ist schwer. Was? Bereit? Bereit! Schwächere Gegner? Okay. Oh, nicht... Al... Al... Ich hab den Schaken, okay. Was ist das? So, ist das ein Trick-Time? Nein, nein, nein! So, ist das? So, ist das? So, wir müssen ihn anscheinend schnell aufholen. So, ist das? Ey, der weiß genau, wo ich hinbekommen. Ey, ich hasse das, ich habe das schon immer gehasst. Was? Nein! Ey! Wie viele davon es hier wohl gibt? Wieso so eine Scheiße? Bereit? Ja, das kommt erst direkt an die Uhr. Uneh Uta! Uneh Uta! Was ist das? Untertitelung des ZDF, 2020 Hey. Hey. Ich werde sterben. 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 Was? Ich werde sterben. 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 Ja das steht leider nicht, was für eine Kugel. Ey nicht. Fünf Gegner. Ich bin so ein Held. Ich hau die raus, sonst schaut rein. Rein, oh mein. Komm. Yeah Leute. Wir haben direkt rein von uns. Wir haben nur eine Minute. Aber einer muss hier rein. Oh komm. Komm her, komm her, komm her. Da kill den doch nicht. Rechts, da kommen noch mehr. Ey, ich schlag den einmal, der fliegt da raus. Nee, natürlich nicht. Nee Leute, das können wir vergessen. Das schafft wir leider nicht. Mann, Aggression. Im Training gibt es kein Versagen. Oh, guck mal, wir haben nicht versagt Leute. Wir haben nur ein bisschen trainiert. Ich wollte irgendwas gucken. Äh, von der Waffe. Äh, hier das. Erhöht die Anzahl durch Schläge. Durch Pilots. Ah. Wir verbessern uns durch Übung. Klar. Wir bekommen einfach der Brau. Wir müssen wieder. Nein. Das Argument. Auf ein neues. Jawohl. Das ist ein neues. Da geht's. Ich bin rein, auf der Brau. Ich bin rein. 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 also nur eine welle dauert der kreis verschwinden nein das ist doch voll meis hey hey pass Eigentlich mal einen habe ich. Komm. Komm. Jawoll, das war aber nur Glück. So einfach ist das ganz, Leute. Wo ist der Kreis? Vier Minuten. Hey nein, wir können die nicht runterwerfen. Nein. Die Entwickler sind schlau. Das ist nicht. Deine Ernst. Das ändert. Das ändert sich schon wieder. Leute, das ist doch nicht normal. Ja, komm mal los. Ey, das waren doch wohl mindestens zwei. Ja, komm mal los. Ja, komm mal los. Ja, komm mal los. Ja, komm mal los. Ey, Leute. Das ist auch nicht schlimmer. Der wächst von dem zu dem. Also sollte ich dem. Ey. Lass ihn am Leben. Ja, komm mal los. Ja, komm mal los. Ja. Ja. Ja, komm mal los. Ey, seht ihr das? Es wechselt von einer Stelle zur anderen. Ja, was soll ich machen? Dich? Ey, das kann sich doch nicht immer wieder ändern. Ey, wie soll man das schaffen? Ich habe die Hoffnung schon aufgegeben. Können wir das schaffen oder brauchen wir bessere Ausrüstung? Ey, wir schaffen das locker. Aber... Mich jetzt, Leute, vielleicht beim nächsten Mal mal schauen. So, ich bedanke mich herzlich fürs Zusehen. Und wir sehen uns demnächst. Macht's gut. Euer Nero Phrase.